Applaus Ich habe auch ganz reizende Wünsche von Dieter Thomas Heck mit auf den Weg bekommen. Die möchte ich erstens zurückgeben, natürlich zweitens behalten. Und ich habe vom Dieter noch etwas übernommen, nämlich seine Nummer 1 aus dem Dezember. Und ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, aber trotz alledem freue ich mich, dass sie da ist. Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, dass es am Anfang heißt, genug ist genug. Denise! Die Latsch ist lang, wenn man auf Schritte wartet vor der Tür. Du wirst nicht ein, ich fühle es, du bist bei ihr. Oh, niemand braucht dich mehr als ich, aber langsam frag ich mich. Wer bist du, dass ich mein Leben aufgib für dich? Ich hab verzieht, ich hab dir immer wieder neu getraut. Doch ich hab dir, deine Alibis noch nie geglaubt. Oh, du gewinnst, doch ich verliere. Du verlaust zu viel von mir. Wer bist du, dass ich mein Leben aufgib für dich? Genug ist genug, zu viel ist zu viel. Ich knall die Tür zu hinter mir. Genug ist genug, zu viel ist zu viel. Ich muss einfach weg von mir. Genug ist genug, zu viel ist zu viel. Ich hab gedacht, du wirst erwachsen werden irgendwann. Nach heute Nacht spür ich, dass ich nicht mehr warten kann. Ich will nicht nur vor dem Spiegel stehen und in rot gerollte Augen sehen. Wer bist du, dass ich mein Leben aufgib für dich? Genug ist genug, zu viel ist zu viel. Ich knall die Tür zu hinter mir. Genug ist genug, zu viel ist zu viel. Ich muss einfach weg von mir. Genug ist genug, zu viel ist zu viel. Ich knall die Tür zu hinter mir. Genug ist genug, zu viel ist zu viel. Ich muss einfach weg von mir.